Du warst morgens auf, siehst den Nachbarn mit mittelfiel Blut vor deinem Fenster rumirren und denkst dir, oh verdammt, ich glaube die Zombie-Apokalypse hat angefangen. Nach kurzen Schweißausbrüchen, dem ersten Kaffee und 20 Minuten Todespanik atmest du ganz kurz tief durch und stellst dir die alles entscheidende Frage. Wie kann ich nun hier Noxcounty überleben? Für genau diese Situation ist dieses Video gedacht. Jedenfalls dann, wenn du als ein Neuansteiger in Project Zomboid bist. Vielleicht hast du festgestellt, dass du auch beim fünften Versuch nicht mehr als einen In-Game-Tag überlebt hast oder du willst dich einfach vorbereiten, dieses doch recht anspruchsvolle Spiel von Anfang an möglichst gut zu meistern. Daher hier ein Sixpack voll Tipps für die allerersten Schritte in Project Zomboid. Spiel auf jeden Fall das Tutorial. Project Zomboid ist ein Spiel, das einem nicht aufs Brot schmiert, wie es funktioniert. Daher, auch wenn es fast nur über die absoluten Basics im Spiel aufklärt, spiel auf jeden Fall das Tutorial. Ich weiß, vielen eingefleischten Gamern unter euch stößt es sauer auf, das Tutorial zu spielen, aber entweder ihr spielt es oder ihr endet halt wie dieser Typ hier. Das wird euch zwar auch immer noch hin und wieder passieren, wenn ihr das Tutorial gespielt habt, aber dann wisst ihr wenigstens ansatzweise warum. Und egal was ihr tut, drückt nicht ohne nachzudenken auf Q. Zum Thema Startlocation. Wenn ihr verstanden habt, dass man mit WASD läuft und man sich Zombies möglichst nicht auf weniger als eine Armlänge Abstand nähern sollte, geht es um die Frage, wo genau ihr eigentlich in Nox County euer Glück versuchen könnt. Die richtig hartgesotteten unter euch holen sich an dieser Stelle natürlich einen Mod und legen direkt mitten in Louisville los. Sollten diese schlurfenen Schattenparker doch mal sehen, wer hier der Boss ist. Wer aber länger als ein paar Stunden überleben möchte, wählt sich etwas angenehmere Reiseziele aus. Die ERA Travel GmbH und Co. KG empfiehlt für Einsteiger definitiv einen Trip nach Rosewood. Hier findest du alles, was du für dein Überleben brauchst. Es gibt ein paar Läden für die ersten Skillbücher, neueste Survivormode und auch in den ersten Tagen noch frische Lebensmittel. Aber du findest auch schnell hochwertigeren Gut, wie beispielsweise gute Klamotten, Schlagkräftige Nahkampfwaffen, unbrauchbare Werkzeuge in der Feuerwehrstation, sowie Schusswaffen, die ihr bitte so schnell nicht benutzt, in der Polizeibache. Und natürlich ist es auch sehr angenehm, in einer Stadt zu starten, in der nicht hinter jeder Ecke hunderte Zombies lauern. Schließlich ist es gerade am Anfang auch schon schwer genug, sich mit mehr als einem herumzuschlagen. Ebenfalls relativ gut geeignet für Anfänger ist Riverside, da hier im Feldnis auch wenige Zombies unterwegs sind. Muldrow und Best Points solltet ihr euch aufheben für einen Run, nachdem ihr mal mehr als eine Woche überlebt habt. Zum Thema Spieleinstellungen. Nun geht es darum, noch die Feinheiten eurer Pauschalreise nach Monks County zu planen. Mit dem ersten Blick in den Z-Man-Katalog werdet ihr feststellen, dass man hier nicht gespart hat, euer Reiseerlebnis bestmöglich zu individualisieren. Natürlich solltet ihr zuvor im Sandkasten-Modus gestartet haben. Unten könnt ihr eine Grundeinstellung auswählen. Hier empfiehlt es sich, mit Baumeister zu starten oder, sofern ihr zu den Harten gehört, mit Überlebend oder Apokalypse. Aber natürlich könnt ihr euch auch in den anderen Optionen ein bisschen austoben. Beispielsweise ist die Erstinfektion oder auch die erste Woche nach der Infektion eine ganz gute Einstellung für Anfänger. Nun aber nicht einfach schnell auf Weiter geklickt, sondern schaut euch die Einstellung ruhig etwas genauer an. Hier könnt ihr die Anzahl an Zombies festlegen, ob und wie schnell euch das Wasser und der Strom abgestellt werden, falls ihr mal eure Rechnung nicht bezahlt, sowie weitere Feinheiten, wie mit einer Startausrüstung zu beginnen, die Anzahl an Autos festlegen und so weiter. Nutzt die Gelegenheit, euch hier durchzuwursteln, dass ihr einen Start habt, der euch nicht frustriert. Wenn ich in meinem zukünftigen Video mehr auf die einzelnen Optionen eingehen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Was ich aber jedem Spieler empfehle, startet unbedingt um 5 Uhr morgens und mit einer relativ geringen Zombie-Population, um erstmal mit den grundsätzlichen Einstellungen des Spiels vertraut zu werden. Warum um 5 Uhr morgens? Das ist jetzt nicht die gute Zeit zum Aufstehen. Das erkläre ich euch aber später noch. Obwohl man vielleicht glauben mag, dass in der Zombie-Apokalypse der Beruf nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt, man jetzt eigentlich eher so ein bisschen sich auf sich konzentrieren kann, hat Project Zomboit hier trotzdem für eine möglichst realistische Situation einer Zombie-Apokalypse auch Berufe eingeführt. Die Leute hatten nämlich Berufe vor Patient Null. Jedenfalls die meisten. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, qualifizieren manche Jobs sich mehr für ein Überleben in der Zombie-Apokalypse als andere. Beispielsweise wird ein Zimmermann deutlich besser mit seinem Hammer den Kopf eines Zombies treffen als ein Burger-Wender mit seinem Burger-Wender. Jedenfalls gibt es auch im Project Zomboit eine Auswahl an Berufen, die euch das Leben, oder besser gesagt das Überleben, leichter machen können. Jedenfalls immerhin in ein paar Teilbereichen. Sehr zu empfehlen ist, es als Einbrecher zu starten. Das gilt natürlich nur für Videospiele und soll niemanden zu einer beruflichen Unorientierung im Real Life ermutigen. Einigen mag der Beruf des Einbrechers vielleicht auch moralisch aufstoßen. An die Leute geht auf jeden Fall großer Respekt raus. Aber dennoch müssen wir im Project Zomboit versuchen, bestmöglich zu überleben. Und das schafft man in einem fetten Land Rover doch besser als mit seinen ollen Sneakern. Der Beruf des Einbrechers ermöglicht dir nämlich Autos kurz zu schließen und das spart dir somit die lästige Suche nach den Autoschlüsseln. Die Traits Zusätzlich zum Beruf dürft ihr noch einige Traits, also Charaktereigenschaften, auswählen. Das Wichtigste dazu ist, mit jedem negativen Trait verdienst du dir Punkte, die du dann wieder für einen positiven Trait ausgeben kannst. Die wichtigste Frage, die sich nun stellt, ist natürlich, was gibt Punkte, aber schränkt mich nicht zu sehr ein? Es gibt ein paar negative Traits, die man durchaus wählen kann, weil sie im Spiel leicht auszugleichen sind. Für den Anfang empfehle ich den Trait Durstig, da man diesen recht einfach mit einer stets gefüllten Wasserflasche mit Inventar ausgleichen kann. Kurzsichtig lohnt sich, da man das mit einer Brille ausgleichen kann und anfällig für Krankheiten wirkt sich auf das Spielgeschehen meistens sehr wenig aus. Es gibt natürlich noch einige weitere negative Traits, die ihr wählen könnt, aber für den Anfang will man ja erstmal in das Spiel ein bisschen reingucken und dann selbst auch seine Wahl treffen können. Jedenfalls mit den erworbenen Punkten könnt ihr nun in positive Traits investieren. Sehr zu empfehlen ist hier gutes Hörvermögen, da ihr damit Zombies hinter euch deutlich früher wahrnehmt und so eure Fluchtschance oder vielleicht die Chance eines erfolgreichen Kampfes doch deutlich erhöht. Ebenfalls lohnen sich Traits wie Fitnesstrainer oder andere Traits, die eure Fitness und oder halt eure Stärke erhöhen. Ich persönlich habe auch eine Vorliebe für Geschick, einfach da man dann nicht so ewig braucht, um Sachen aufzusammeln oder wieder abzulegen. Tobt euch da einfach ein wenig aus. Wenn wir mal genauer auf die Traits eingehen sollen, schreibt es mir gerne einfach mal in die Kommentare. Der Spielstart Nachdem dir vom Ladebildschirm eindringlich vermittelt wird, dass du irgendwann sterben wirst, was dich hoffentlich nicht entmutigt hat, startest du aller Wahrscheinlichkeit nach in irgendeinem Haus. Versuche hier so schnell wie möglich die Vorhänge zu schließen und schmeiß den Fernseher an. Da wir erst 5 Uhr morgens haben, brauchst du auch keine Sorgen haben, dass du vom RTL-Mittagsprogramm jetzt gelangweilt wirst. Stelle stattdessen die Lautstärke auf Stufe 1 und schalte den Sender Live-and-Living-TV ein und vergiss nicht nach dem Auswählen des Senders unten auch auf Einstellen zu klicken. Hier laufen nämlich die ersten Tage um 6, 12 und 18 Uhr spannende Serien, die dir Skillpunkte in Kochen, Tischlerei, Fischen, Landwirtschaft und Nahrungshilfe geben. Richtiges Bildungsfernsehen halt. Und nun weißt du auch, warum du unbedingt um 5 Uhr morgens starten solltest. Sobald die Sendung vorbei ist, schaue dich leise in deinem Haus um, um nach nützlichen Gegenständen zu suchen. Taschen, um ein Zeug tragen zu können, deine erste Waffe, bestenfalls eine Brechstange, aber auch eine Pfanne, ein Nudelholz oder halt ein Küchenmesser helfen dir erstmal weiter. Jetzt noch als kleiner Bonus etwas Grundsätzliches zum Umgang mit Zombies. Es ist sehr zu empfehlen, Kontakt mit Zombies vor allem am Anfang zu vermeiden. Daher versuche immer zu schleichen, indem du C drückst und halte möglichst Abstand. Manchmal ist der Kampf aber unausweichlich. Wenn es dazu kommt, drücke STRG oder die rechte Maustaste, um in Kampfhaltung zu gehen und schlage mit Linksklick zu. Sollten mehrere Zombies auf dich zuhalten, versuche während des Kampfes rückwärts zu laufen, dass die Zombies nicht zu nah an dich rankommen. Und egal was du tust, nutze Schusswaffen erst, wenn du mindestens 100 Patronen und am besten auch schon einiges an Spielerfahrung hast. Im nächsten Video möchte ich dir gerne zeigen, was die wichtigsten Meilensteine in den ersten paar Tagen sind, um dein Überleben auch mittelfristig zu gewährleisten. Lass es mich auf jeden Fall wissen, wenn wir auf ein Thema nochmal besonders eingehen sollen, dann mache ich dazu auch mal ein Video. Und um das nicht zu verpassen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis dahin aber würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.